Ich bin am aufnehmen. Ja, aber ruhig. Bam, Headshot. Ich glaube, das wird hier so eine Sniper-Runde. Kann ich das so, ähm, nein, sagen? Oh, tschüss. Nein, Killerkissen. Ich habe dir einen Headshot gegeben, eigentlich. Ja. Shit, 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 shit. Ähm, hier um die Ecke sind noch ein paar, ne? So. Bam, Headshot. Jetzt bleibst du wohl stehen? Das Problem habe ich des Öfteren auch. Ey, ich hasse diese Nehme-Süsse. Nehme-Süsse. Ich habe dir den gerade gestohlen, Tim, ne? Ja. Nein, das war ich. Achso, das war nicht du. Achso, ich habe ihn dir gestohlen. Dann tut es mir natürlich leid. Alles gut. Nein, ich war mich eigentlich am Teleportieren, aber auch okay. Ja, das war echt dumm, Alex. Ich weiß. Loil. Ich liebe diesen Charakter. Was hast du denn? Wieso bist du enttäuscht? Äh, den, den Front-Krämpfer-Slayer-Bild. Achso. Auch diesen Teleportations-Dingsbums. Wessen Erster? Tim. Ich. What the fuck? Tim! Das ist noch nie passiert, oder? Wir ändern mal was dran. Nein, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Oh Gott, ich hasse es. Nein, abhauen, abhauen, abhauen. So, Killer-Kirsten, du bist jetzt wieder am Leben. Ah, sack. So, Nummer 1 ist tot. Autsch. Oh Gott, ich klasse ja nichts. So. Schnell, abhauen, abhauen. Bam. Nein, abhauen, abhauen. Oh, abhauen. Und wieder draufschießen. Oh, Killer-Kirsten hilft. Das Killer-Kirsten. Feel the code. Ich mag meinen Namen, auch wenn er zu voll Kindes und lächerlich ist. Ja, ich sag ja nicht. Aber wie der entstanden ist. Bitte? Wie ist der entstanden? Ha, ha, ha. Wer war das Kind? Wer war der Killer-Keks? Du! Ich war der Killer-Keks. Ja, war der Killer-Keks. Ja, Athletic Online. Nein, äh... Hallo, Truff! Ach so. Da kann ich die Borderline, da hieß der erste Charakter Killer-Keks. Und was war der zweite? Keine Ahnung, das sieht doch keinen mehr. Verdammt, Peer. Aha. Mach. Aha. Ach, das ist Geräte, okay. Alter, reg dich ab. Aha. Ach, verdammt, die voll daneben. Headshot. Das ist ein Headshot. Killer-Hühnchen trifft wohl eher zu, oder? Oh, das ist eine dumme Position. Ja, voll Headshot. Scheiß drauf. Boah. Nicht sterben. Oh, ein Atlas. Hey, aber hier ist doch noch kein Buch. Der war schlecht, der war so schlecht. Der war fast gut wieder. Aber nur fast. Weg hier! Ich hol's mir. Ich hol mir der Gerät, nachdem ich... Der Gerät schläft nie. Der Gerät schneidet das Dönerfleisch. Es schweißt breit. Hinter mir übrigens irgendwo... Oh, nice! Eigentlich müssten wir jetzt wieder das Ich-Komme bringen. Ich komme! Ich komme! Mensch, waren wir da alt. Das find ich immer auch witzig. Auf jemanden von euch ist grad jemand runtergesprungen. Ähm, was ich noch sagen wollte, was ich sehr wichtig finde. Äh, für mehr Mass Effect Videos, guckt mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Ne, überhaupt nicht. Bei dir sind überhaupt keine Mass Effect Videos. Ja, da muss auch mal wieder was kommen, ne? Schleichwerbung. Das ist keine Schleichwerbung mehr. Sneakwerbung. Produkt Placement. Gut, verriere! Ich hab den... Lol. Ähm, wo sind denn die Gegner, wenn ich fragen darf? Hier! Weiß nicht, irgendwo ist ein Atlas. Aber ich seh ihn nicht. Oh, hier! Direkt vor dir! Hi! Komm! Ich friere ihn mal ein bisschen ein. Ja, läuft's! Wuuu! 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 Es gab viele Maps. Aber das Problem war halt, dass viele Charaktere und so… Wuuu! 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 Hie, ich hab mich wiederbelebt! Wuuu! Ha! Wuuu! 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 I'm coming! Das war sehr nett von dir, Tim. I know. Ah, Schott! Oh! Geschützt, geschützt, geschützt! Ja, das hab ich auch gerade gemerkt. Phathoms! Was? Phathoms? Es gibt Phathoms? Ich will auch ein Phathom! Wow! Kommt jemand von euch anderen beiden oder müssen wir es wiederbeleben? Warte, ich geh zu Niklas. Ich renne da nicht hin. Okay, dann nicht. Ich hab noch ein Viertel. Ah! Zehntel, Siebtel, Achtel, Sieben. Sofort wirst du wieder abgeschossen. Ah! Oh, Per schreit doch nicht so wie ein Mädchen. Per schreit immer gerne. Das stimmt auch schon wieder. Oh, du machst es dramatischer. Per, das ist schlecht von dir. Du bist schlecht. Oh, was? Boom, Bitch! Oh, und ich bin umgekommen. Willst du mich verarschen? Warte, ich kümmere mich drum. Na ja, ich vertraue dir einfach mal. Sim, kommst du zurecht? Ja, ja. Okay, hier. Alles schön. Was bist du eigentlich, Per? Ein Per. Äh, nicht Per, sondern Alex. Alex. Ein, äh, ein Seven Sle- Äh, Shadow. Ach, der Schlegow. Sch. Haha, ich liebe die Reparatur-Matrix. Hehe. Spaß. Das läuft ja grad gar nicht. Das hätte ich dir sagen können, Per. Aber irgendwie haben wir es nicht gemacht. Äh, Per. Äh, Tim. Äh, 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 äh. Da kommt keiner hin. Ach, ich schaff's nicht. Ich lass die sieben, aber weil sonst hab ich keine Fan-Medigame mehr. Oh, fuck. Team mit Glied offline. Glied offline. Oh, scheiße. Hey, Per. Du stirbst. Hey, du hast dich geschützt. Ja. Hilfe. Hilfe. Boah. Ich fand niemand Interesse. Ich war fast da, Tim. Du musst. Alex, äh, Per ist auf der anderen Seite der Map. Und Tim, wenn du mich wiederbeleben würdest, wär's nett. Hör, meine Kamera ist... Was? Meine Kamera ist verbuggt. Äh, Tim, was ist mit mir? Ich hab so ne, so ne... Ego- äh, nicht Dingens. Ich hab jetzt ne... Guild Wars Perspektive quasi. Ich kann meine Maus nicht mehr drehen. Hä, was ist das? Geschützt. Per, du machst das wieder, ne? Ja, ja. Das wär so gut gewesen. Das entrosten wir dich jetzt mal. Ein bisschen cooler. Per, schaffst du's? Ja, natürlich schafft er das. Das ist immerhin Per. Ja, okay. Ich lass das jetzt. Hey, wieso? Was ist mit Per? Per ist mit diesem Charakter normalerweise ziemlich imbar. Im Moment ist er aber sehr, wie er selber sagt, eingefüßt. Der hat mich getroffen. Das war so. Per, ich brauch keine Beispiele, um das zu untermauern. Ja? Was ist das geschützt? Meine Kamera ist immer noch verbuggt. Was ist denn das? Wo ist der geschützt? Äh, wo ist das geschützt, Niklas? Was? Oh, jetzt ist der Host. Der Host hat das Spiel verlassen. Wirf die Runde dank dir aber Neustart. Ach, weil ich der Host bin. Ja. Wer ist jetzt wohl der Host? Tim, hast du das Spiel selbst abgebrochen? Nein. Ich wollte, ich wollte hier ein Replay anmachen und dann... Wieso sind wir Welle 1? Was? Welle 4 sind 4. Bei mir steht Welle 4, ja. Läuft. Los, bei uns! Warum hafen wir jetzt alle auf einem Haufen? Weil wir gut sind. Nein! Definitiv nein. So, haltet ein. Ich bin unterwegs. Oh fuck, da... Phantom und zwei Dragona! Phantom und zwei Dragona! Phantom und zwei Dragona! Phantom und zwei Dragona! Boah, ich bin tot. Aber mein Spiel hat sich schon wieder aufgehangen. Soll ich 7 drücken? Ja, ich kann nicht flibbeln. Ich kann momentan gar nichts machen. Per? Sehr schlecht. Oh... Ich warte noch ganz kurz. Oh nein! Niklas, bist du unter der Map? Okay, ich hab ein Medigale noch. Ich muss Mass Effect dringend endmodden. Ich glaub, das macht nur Probleme. Endmodden? Ich hab da irgendwann mal so ein Dingens draufgepackt. Ja, Fake Mod. Ja, aber es... Das klappt überhaupt nicht mit dem Multiplayer. Bei mir klappt es nicht. Ich bin doch... Es hat sich wieder aufgehangen. Oh, jetzt klappt's. Ah! Ah! Niklas, willst du dich wieder... Ah! Ich lasse diese Map und sie sind los! Ja, genau. Ich hänge in der Wand fest. Echt? Waren die schon immer so schnell? Ähm, soll ich 7 drücken? Der war schnell. Die Leute bewegen dich fast schnell. Ähm... Oh, zu spät. Genau zu spät. Tut mir leid. So, ich bin unterwegs. Ich bin fast da. Mach's selber. Ich bin auf der anderen Seite der Map. Haltet die Luft an. Ähm... Was bist du für ein Charakter, Niklas? Der... Der... Keine Ahnung. Look at this shit! Look at this! Look at this shit! Look at this shit! Look at this shit! Look at this! Manchmal. Das ist dumm, aber es passiert. Wer von uns ist der Horst? Ich weiß es nicht. Äh, Niklas verpisst dich. Da ist ein Geschütz. Oh ja. Oh Gott. Ey, das ist echt grad scheiße. Ähm... Ich trete euch irgendwie nicht bei. Weil du schlecht bist. Äh, wir sind zu dritt. Also darin könnte es nicht liegen. Äh, Niklas neben dir. Direkt neben dir. Dragone. Na, ich sag ja nur Bescheid. So. Noch einer hinter dir. Das geht schief. Ich seh's kommen. Hinter dir. Alex, Vorsicht. Alex, Vorsicht von rechts. Das ist Peer. Ich seh doch gar nichts. Peer ist der Einzige am Leben gerade. Ja, wo bist du? Der ist oben am Kreis im Haus. Bei diesen Sichtverhältnissen ist das halt echt scheiße hier. Dort, wo wir am Anfang waren, äh, dort wo wir zu dritt gecampt sind, ist Peer. Ich hab übrigens das Gefühl, dass ich euch nicht mehr joinen kann. Du bist inkompetent, Tim. Das Spiel ist inkompetent. Äh, da kommt noch ein zweiter Dragone, ne? Ich hab's gesehen, danke. Ja. Also beim Niklas wäre noch ein Phantom, falls du es noch machen willst. Ja, ich habe keine Medi-Gales mehr. Ich hoffe, ich bin tot. Oh, schade. So viel Spaß, Pair. Geh doch, Kacken. Ja, Mass Effect 3 funktioniert nicht mehr. Ein Pair von links kommt auch noch welche, ne? Behind you! Das ist das letzte. Hä? Das ist kein Programm mehr, aber Mass Effect... Ja, ich bin dort. Keine Chance. Shit und Sitz. Oh Gott! Was heißt, ihr habt verkackt? Wir müssen uns verabschieden. Ja, ja, ja.